Wir müssen bis morgen dieses Rede-Webbewerb-Video einschicken. Jeder hat davon gehört. Der Rede-Webbewerb wurde digitalisiert. Ja, so überaus reden wir jetzt. Schon wieder kein Thema. Jeder Mensch hat seine eigene Geschichte. Wir müssen unseren Mut zusammenpacken. Wir alle vereint gegen den Virus. Wir müssen darüber reden. Aber lasst mich erstmal genauer erklären. Es müssen jetzt Taten gesetzt werden. Bitte bleibt kritisch, hinterfragt und denkt nach. Manchmal braucht es lediglich einen Kopf schütteln, um jemanden zum Nachdenken zu bewegen. Man hat es doch wenigstens einmal probiert. Seien Sie mutig. Beginnen wir etwas zu verändern. Unsere heutigen Entscheidungen werden unsere Zukunft verändern. Wieso versuchst du es nicht einfach?